Ey, die Kopfsteinpflaster sind hier so schön gemacht. Babe. Was soll ich denn noch zu sagen? Jetzt mal ganz ehrlich, Babe. Ja, reagier doch mal irgendwie. Keine Ahnung, sag irgendwas. Nein. Oh mein Gott, einfach ein Apfelbaum. Oh mein Gott, Leute, einfach ein Apfelbaum. Guckt mal, sie hat einen Apfelbaum gesehen. Hier, hier, da hast du einen Apfel, hier.